Ahoy, hier ist die große Krabbe, Eugene Krabs, der Eigentümer am Apparat. Verschenke deine Krabbenbürger! Verschenke sie alle! Wer macht denn so einen obszönen Anruf? Wenn ich herausfinde, wo und wer sie sind, werde ich... Hey! Muss Krabbenbürger verschenken. Keine Monetenbürger sind gratis. Gratisbürger? Oh, Mr. Krabs, endlich haben sie ihre Großherzigkeit entdeckt. Hurra! Hier kommen Krabbenbürger für alle! Die Rechnung geht aufs Haus. Die Krabbe gibt ein Haus. Alles ist für euch gratis. Was war denn das eben? Beine tun ein Viertel Dollar. Ich wusste, es lohnt sich für mich. Frische Burger! Gratis Burger! Leute, greif zu, solange sie noch heiß und gratis stehen! Gratis? Spongebobbe, der Krossenkrabbe. Gibt es kein Essen umsonst? Bist du jetzt komplett verrückt? Marsch zurück in die Küche und kleb die Burgerhälften wieder zusammen. Ich will sie noch verkaufen. Es war zu schön, um wahr zu sein. Krossenkrabbe, Eugene Klein. Und jetzt verschenk all dein Geld bis auf den letzten Cent. Ich muss meine Moneten verschenken. Ich verschenke all mein Geld, Minion. Aber wollten Sie nicht? Ach so, ich wusste, Sie machen nur Spaß, Mr. Krabsch. Sie sind tatsächlich großzügig. Noch ein Viertel Dollar. Ich liebe dieses Telefon. Spongebob! Wieso verpulverst du meine Moneten? Ich dachte, ich sollte das machen, Mr. Krabsch. Ich verstehe das nicht. Und nun, Krabs, verschenkst du die Krossenkrabbe. Gah, fertig. Mit dieser Laserkanone werde ich den alten Krabs pulverisieren. Wie, wer, was? Die Urkunde zum Besitz der Krossenkrabbe. Sie gehört jetzt dir. Irgendwas ist hier faul. Aber wie Oma Plankton immer sagte, einer geschenkten Schnecke schaut man nichts ins Haus. Ich habe gewonnen. Ich bin der Größte. Oh, was zum... Wo ist mein Viertel Dollar? Verlucht ist die Belohnung. Deine Großzügigkeit. Nein. Niemals. Man ruf, ruf. Ähm. Hm. Ha! Ha! Hey, was soll das bitte werden? Du schuldest mir noch ein Viertel... Ich bin frei! Ähm. Hey, Kleiner, leist du mir ein Viertel Dollar für den Bus? Klar, aber gerne, Herr Dämon. Endlich bin ich frei! Ist gar nicht so übel. Festanstellung und massenhaft Viertel-Dollar-Stückgepäck. Daran könnte eine Krabbe sich gewöhnen. Oho! Hey, was ist los da draußen? Alter Deus, wirf das Schrottding doch in den Müllcontainer. Weg damit. Mit Vergnügen. Hier arbeite ich, Putzi. Das sind unsere Kunden. Und das ist Tadeus, mein bester Freund. Hä? Was, wieso? Das ist eine dreckige Lüge. Oh, apropos dreckig. Ich wasche mir schnell die dreckigen Hände, bevor ich Burger brate. Tadeus, das wäre nett, wenn du dich so lange um ihn kümmerst. Hm? Na ja, du bist schon ziemlich süß. Was sagtest du süß? Der ist süß! Das reicht zurück, ihr Geier! Erst im Raum entfaltet er seinen Liebreiz. Hey, das klingt aber nicht nach ich verprasse meine Moneten-Jubelschreie. Das sorgfältige Abtrocknen der Hände ist mindestens so wichtig wie... Dann ist heute früher Feierabend. Wie schön, so habe ich noch mehr Zeit für meinen neuen Freund Putzi. Lalalalalalalala, lalalalala, lalalalala, lalalalala. Laaah, dumm! Was in Neptuns Namen geht hier vor sich? Oh, ja. Was ist hier bloß los? Plankton. Das hier ist doch deine Handschrift, eindeutig. Das ist gelogen. Eigentum des Abfalleimers. Wie kommt denn das dahin? Gut, ja, es war meine Idee. Ich wollte euch eine Lektion erteilen. Mein Roboter frisst alle, die immer so machen. Und jetzt verklagt mich. Plankton, ich möchte dich doch nicht vor Gericht zerren. Ich möchte nur aus deinem teuflischen Apparat. Dann sag doch mal. Oh, nein, was ich sagen wollte, ist... Oh, perfekt. Dadurch hau ich ab. Eine Sackgassenattraktion? Das passt nicht ganz zur Handschuhwelt. Schnuckiputz, bitte friss mich nicht. Oh, ja, genau. Ich versuch's mit der beruhigenden Kraft der Musik. Oh, ein Brötchen. Eine Überraschungsparty für mich. Das ist keine Party, du blöd Bob. Und warum haben alle gejubelt, als ich kam? Weil wir mit dir nun endlich an das Notfallevakuierungsgaumenzäpfchen drankommen. Wir versuchen's nochmal, Leute. Das ist keine Party, bitte. Es wird mir mit dir so machen. Es wird mir dann noch nicht gehill. Bist du bist vorgibt? Oh, man. Moment. 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 Oh, nein. Das war. Da wohl. Ich hab's. Wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Und dank mir sind wir in der Handschuhwelt. Und das gratis. Dankeschön, Crubs. Der letzte Mal-Handschuh-Scooter ist ein faules Ahai. Mit euch. Los, verschwindet. Einen Moment mal, bitte. Was ist mit unseren Tieren? Oh, macht euch keine Sorgen. Ich werd's euch in Rechnung stellen, was auch immer sie essen. Oho, Sandy. Dein Alaska-Bullenwurm hatte ja einen Wahnsinns-Hunger. Bei Mauers heiligem Kauwerkzeug. Ich bin pleite. Für den Rest des Jahres darf ich Nüsse aus der Dose essen. Die Spezialität des Hauses. Super, dass meine Haustiere essen können, aber ich sterbe vor Hunger. Ich wünschte, ich wär ein Haustier. Dann könnte ich auch vom Fußboden essen. Du isst aber doch vom Fußboden. Ja, aber ich will doch Krattenburger vom Fußboden essen. In die Wand mit dir. Fast schon. Oh Gott. Ja, ja. Hm. Wuff, wuff, wuff. Hm. Thaddeus. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Ja, Mister. Wuff, wuff, wuff. Die neuen Haustiere haben doch keine Krattenburger. Warum? Ich betreibe hier ein Geschäft und kein Tierheim. Wuff, 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 wuff. Wuff, wuff. Sei gegrüßt, mein Hasenbruder. Hast du vielleicht schon mal erwägt, mir ein klitzekleines Scheibchen von deinem... Ich geh dann mal. Was? Uff! Oah! Haustürschlacht! Oah! Haustürschlacht! Ja! Oah! Hau! Müssen wir sein! Messiaff aufs Busch! Wer hat Hunger auf? Ein gewalttätiger Streit? Hört auf, bitte! Die Krossekrabbe ist ein Hort des Friedens. Ja! Der Gesundheitsinspektor? Der Gesundheitsinspektor? Äh, Brüll? Aber Leute und Haustiere dürfen nicht zusammen essen, hatten sie gesagt. Ja! Was haben Sie hier zu suchen? Dieser Schwemmastel ist allein Ihre Schuld. Ja, ja, ja! Ich hatte bloß Hunger auf einen Burger. Das kennen wir doch alle, oder? Aber ich habe heute etwas gelernt. Spongebob, würdest du mir bitte ein lebhaftes Zeh geben? Oh, mit Freuden! Wuppa! Ja! Wagen es schalt und einträglich ist. Ja! Was wir auch sagen oder tun, die Wahrheit ist, das weiß ich nun. Wir lieben unseren Burger-Bauch. Und jedes Haustier liebt ihn auch. Denn es gibt ein Haustier, das ist dich oder wir. Hast du Burger so gern im Bauch. So ein Haustier mag das auch, mag das auch. Ja! Haustiere und Leute haben es verdient, gemeinsam zu essen. Ja! Eine Runde Krabbenburger für alle. Geht nicht aufs Haus! Ja! Ja!